Hey Leute! Oh mein Gott, hi! Ich sollte mal wieder einen Arzttermin machen. Hallo Doktor, ja ich brauche einen Termin. Boah, ich muss beim Arzt anrufen, ich kann das nicht. Ich kann nicht beim Arzt anrufen, kannst du für mich anrufen. Gib her. Hallo Herr Doktor, ja ich will einen Termin für meine Freundin machen. Lass uns doch heute mal was machen, lass mal rausgehen in die Welt. Ins Freibad, da sind doch so viele Menschen, da können wir uns connecten. Freibad, auf gar keinen Fall, weißt du wie viele Menschen da sind? Wollen wir heute mal bei diesem großen Supermarkt einkaufen gehen und nicht immer bei diesem kleinen, wo kein Mensch ist? Beim großen Supermarkt? Manche Menschen sind mehr extrovertiert, die anderen mehr introvertiert. Wie ist es bei euch? Was seid ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, hört doch gerne die neue Podcast-Folge von WeBeLike an. Wir hören uns!